Herzlich willkommen im Denderas Mallorca-Journal. Ich lebe und arbeite auf Mallorca. Hier befindet sich mein Beratungsinstitut und ich möchte Ihnen Bilder zeigen über Mallorca. Wir befinden uns jetzt in der Stadt Muro. Muro heißt übersetzt Mauer. Das ist die Johanniskirche von 16. Jahrhundert. Befindet sich im Zentrum von Muro. In die Nähe sind viele, viele Cafés. Es ist gerade ruhig, es ist Siesta, war auch sehr heiß. Hier sind zwei Cafés, wird gerade renoviert. Die nächste Café Dieser Denkmal befindet sich in die Nähe von der Kirche, genau vor diesem Café. Ein Blick auf dem Kirchen Die schmalen Straßen, die schönen Geschäfte Wappen auf dem Wand Und ... ... ... ... ... Und ein Haus zum Verkaufen. Diese Straße befindet sich hinter dem Kirche. Das ist der hintere Teil von Johanniskirche. Und hier befindet sich ein großer Parkplatz. Wieder diese Straße, was zu Aussicht führt. Und von hier aus sieht man den Meer. Der Ort Kampikafort ist sichtbar. Hier sind alte Windmühlen. Wird aber nicht mehr benutzt. Hier sind die Windmühlen. Hier sind die Windmühlen. Ein Blick auf die Landschaft, Olivenplantagen. Wieder ein Blick auf die Meer, Bucht von Alcudia ist sichtbar. Ein großer Gummibaum. Jetzt sind wir wieder im Stadtzentrum bei der Kirche und das ist die Seite der Kirche. Der Kirche und das ist die Seite der Kirche und das ist die Seite der Kirche. Und alten Bauwerken gegenüber von der Kirche. Wenn wir die Seite der Kirche verlassen, kommen wir zum Marktplatz und hier befindet sich das Rathaus von Muro. Wieder der Rathaus zum Sichtbar und der Platz. Genau der Marktplatz. Und mit diesen Bildern möchte ich mich verabschieden. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Medici.